Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Heute geht es mal darum, wie es in den nächsten Tagen und Wochen um Skull & Bones, um den Content mit Skull & Bones weitergeht. Was können wir erwarten noch von Season 1 und was ist eigentlich mit dem Lou? Der hat jetzt schon über 250 Stunden in dem Game, hat unendlich viel Silber, unendlich viel Achtermünzen und was gibt es eigentlich für den Lou noch zu tun? Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also als allererstes habe ich mir selber auch die Frage gestellt, ey Lou, wofür machst du das Ganze noch? Wir haben, oder ich habe, alle Manufakturen auf dem höchsten Level. Da kann ich mal während ich quatsche auch alle aktivieren. Ich habe mit dem Silbertrick, mit dem Silbervideo, wer das noch nicht weiß, hier einmal das Video abchecken. Es gibt einen Silbertrick, womit man nun endlich Silber hat. Da habe ich auch keine Probleme mit Silber und kann hier meine Manufakturen unendlich viel starten und finanzieren. Achtermünzen habe ich alles im Shop gekauft, was man kaufen kann. Ich habe über eine Million und ich kann die Achtermünzen gar nicht mehr ausgeben. Deswegen ist da schon ein bisschen die Frage, ey, wieso mache ich überhaupt noch jeden Tag diese Achtermünzenrunde, außer dass es mir natürlich Spaß macht, auf meinem Kanu und auf meinem Schiff hier umher zu segeln und die Achtermünzen einzusammeln. Ich kann euch das nicht genau sagen. Eigentlich ist es totaler Humbug, weil ich habe jetzt, wir haben gestern geguckt, 1,7 Millionen Achtermünzen, da könnte auch schon wieder ein bisschen was draufgekommen sein, weil ich heute eine Achterrunde gemacht habe. Aber ich kann euch keinen genauen Grund sagen, wieso ich immer noch die Achtermünzen einsammle, weil eigentlich tue ich sie nicht erbrauchen. Ich habe irgendwie eine Stimme in mir, die mir sagt, ey, am Ende des Seasons könnte das eventuell nochmal wichtig werden, deswegen hol sie dir, solange du kannst. Und ich werde auch die nächsten Tage, solange ich Skull & Bones austreame, da weiterhin am Ball bleiben. Außerdem gibt es ja so eine kleine Roadmap von Skull & Bones, die kann ich vielleicht mal einblenden, vielleicht auch mal in groß. Dort seht ihr, dass verschiedene Events zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden. Wir haben aktuell ja da La Peste zwischen der Roten Insel und Afrika, der wird demnächst seinen Standort wechseln. Außerdem haben wir aktuell richtig, richtig vermehrt Obwelling, den wir im Stream ganz viel besiegen und natürlich das Zamaharibu. Das bedeutet, wir haben aktuell drei Weltereignisse, die sich lohnen zu bespielen. Aber in meinem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von La Peste alles, ich habe von Obwelling alles und ich habe auch Ouroboros schon und so viele Schuppen und Zähne, dass ich diese gar nicht mehr ausgeben kann. Deswegen bin ich da eigentlich auch schon sehr raus. Ich helfe eigentlich nur noch der Community mit Obwelling, La Peste und dem Zamaharibu, aber für mich persönlich gibt es aktuell nicht mehr viel zu tun. Ich denke, da wird es jetzt dem einen oder anderen in den nächsten Tagen auch so gehen, dass der Content langsam dünn wird. Und wenn wir uns mal den Content angucken, der noch reinkommt in den nächsten Wochen und Tagen, gibt es eigentlich nur zwei Daten, die da interessant sind. Einmal die drei freigeschalteten Skins von La Peste, wenn man denn Skins sammelt. Da fehlen ja aktuell noch drei Stück. Insgesamt gibt es fünf und zwei Stück konnte man bisher sammeln und drei Stück sind noch offen. Hier bei Ampakas Verwesung gibt es sowohl einmal das Segel, einmal die Verzierung und auch die Galleonsfigur, die noch nicht im Spiel sind, die werden irgendwann im Laufe der Season freigeschaltet. Außerdem wird es auch das neue Geisterschiff geben, den Rob Mangodin. Da können wir gerade mal drauf schauen. Der wird nämlich ein Item neu fallen lassen und zwar... Wie hieß es nochmal? Ich will genau drauf gucken. Die rachsüchtige Essenz, wenn wir die nämlich hier einmal verfolgen, dann sehen wir hier auf der Karte, dass es die nicht gibt. Die wird auch mit Rot Mangodin mit reinkommen. Oder Rob Mangodin, bin mir gerade nicht sicher. Und ähnlich wie der Samaribo dann wahrscheinlich durch ein Kopfgeld farmbar sein. Der wird dann bestimmt auch nochmal ein eigenes Skinset mitbringen. Das kann ich dann alles euch erzählen, wenn es soweit ist. Aber der kommt erst am 26. März mit rein. Und dann wird es dünn mit dem Content. Die Frage ist jetzt, wohin entwickelt sich Skull & Bones? Wenn ihr mich fragt, glaube ich nicht, dass sich in den nächsten 2, 3 und 4 Seasons noch irgendwas ändern wird. Es werden Kleinigkeiten hinzugefügt, aber ich habe die Befürchtung, dass an einem Base Game sich nicht viel ändern wird. Außerdem sind wir jetzt einen Monat nach Release ungefähr. Na, einen Monat nach der Beta. Ne, einen Monat nach Release. Am 12. also am 13. kam es raus. Am 12. habe ich gestartet. Wir haben heute den 10. Und es ist immer noch so unfassbar verbuggt in einem Game. Man kann fast nicht einen Meter laufen, ohne nicht einen Bug zu treffen. Wenn wir nur mal ein paar Bugs aufzählen, da hätten wir den Bug natürlich von den Grafischen und den Soundbugs. Die würde ich mal außen vor lassen, weil die sind gar nicht so schlimm. Aber Samaribo, was reingekommen ist, kann so verbuggt, dass man sich looten kann. Man hat ganz oft den Bug, dass man mit nichts mehr interagieren kann. Es gibt immer noch den Ruderwetten Bug, dass man nur eine Münze im Inventar hat. Die Festungen kann man aktuell nicht die Münzen einsammeln, wenn man in einem Fight ist. Großfestungen Osten kann man gar nicht einsammeln. Es gibt zwei, drei Manufakturen, die sind schrecklich einzusammeln. Also hier die unten. Einmal Gießerei Duster West, Gießerei Duster Nord und Gießerei Duster Ost. Die kann man, da gibt es so einen mini, mini kleinen Punkt, wo man draufstehen muss, um die einzusammeln. Wenn man Pech hat, dann verbuggt einem das ganze Inventar und auf einmal sind über 1000 oder 2000 Rum oder Opium weg. Der eine von euch hat es schon mal miterlebt. Also es gibt richtig viele Bugs und auch schlimme Bugs, die Game Progress wegmachen. Der Multiplayer Bug, den wir vorgestern hatten, dass man allgemein diesen Albatross Fehler hat und dann aus seiner Lobby rausfliegt. Also unfassbar viele Bugs und die werden einfach nicht angegangen. Ubisoft spricht nicht mit uns. Wir hatten mit dem letzten Patch ein paar Bugs, die behoben wurden. Es gab Quality of Life Änderungen, dass man die Manufakturen jetzt jederzeit ansprechen kann. Aber dass ich immer noch Kreis gedrückt halten muss, an Steuerkreuz runter und dann X drücken muss. Wieso kann ich das nicht mit einem Knopf machen? Es gibt hier eine Möglichkeit in den Einstellungen seine Controllersteuerung anzupassen. Allerdings nicht bei allem. Also hier kann ich halten und drücken, wechseln, aber halt nicht bei allem. Und das ist einfach so ein Ding, wo ich mich frage, wieso kommen solche Quality of Life Änderungen nicht schneller rein? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Entwickler nicht ihr eigenes Game spielen. Wir hatten das Thema gestern mit der Bestenliste. Da kann mir doch kein Entwickler sagen, ja, ich habe das Game gespielt. Ich habe alle Manufakturen auf C und habe das ein paar Tage getestet. Und ich finde das gut, wenn ich an einem Tag eine Million Münzen mache, mit denen ich nichts anfangen kann. Also ich habe wirklich ganz oft das Gefühl, dass die Entwickler das eigene Game nicht spielen. Die Fights auf dem Wasser und alles, was auch auf dem Wasser stattfindet, machen übel viel Spaß. Aber alles andere ist so doll verbuggt. Menüführung ist verbuggt. Und ich wollte gar nicht so ein Rant-Video machen, weil ihr wisst, ich hasse solche Videos, wo ich nur über solche Bugs und Fehler und so in einem Game spreche. Ich will eigentlich immer positive Sachen vermitteln, was das Game ja auch auf jeden Fall hat. Sonst hätte der Lou hier keine 250 Stunden drin. Aber das vermisst mir aktuell total das Gameplay. Was für ein Fazit kommt da jetzt für euch raus für die nächsten Tage und Woche? Es wird immer noch Skull & Bones Content geben. Da könnt ihr euch, da müsst ihr keine Angst haben. Es gibt noch richtig, richtig viel zu erzählen. Die neuen Sachen, die reinkommen, will ich selber spielen. Und werde ich euch da natürlich auch vorstellen. Also keine Angst. Aber, das kann ich schon mal announcen, es wird die nächsten Tage auch mal etwas anderes kommen. Zu Dingen, die mir wichtig sind. Wir haben gerade Final Fantasy VII Rebirth im Stream gespielt, die erste Folge. Die erste Folge wird nicht auf YouTube hochgeladen, weil von zwei Stunden waren ungefähr anderthalb Stunden Cutscenes. Das will ich euch nicht antun, das will ich mir nicht antun. Aber jetzt nach dem ersten Akt geht es da richtig los in die Open World und ist so ein geiles Game. Das will ich einmal mit euch teilen. Es wird bestimmt noch das ein oder andere Community Event geben auf Twitch. Das heißt, wenn ihr da dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab. Ich bin wahrscheinlich auch jetzt gerade live und mit der Community auf dem Wasser. Aber, dass ihr wisst, in der nächsten Zeit könnte es auch mal hier und da ein Video geben, was nicht zu Skull & Bones gehört. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin ganz viel Spaß mit Skull & Bones. Weil, wie gesagt, es ist ein super Game. Kann ich jedem empfehlen. Das heißt, für jeder da draußen, der sich aktuell nicht sicher ist, soll ich Skull & Bones spielen oder nicht, zockt die 8 Stunden Trial Version von Ubisoft. Macht die Ubisoft Plus für 19 Euro oder holt ihr das Game, was gerade im Angebot ist. Meiner Meinung nach, oder was ich euch empfehlen würde, ist auch die Konsolen Version. Ich habe gehört, dass die Konsolen Version wohl ein wenig besser läuft, als die PC Version. Ja, wenn ihr da nichts verpassen wollt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Das brauche ich euch gar nicht mehr zu sagen, was da an Liebe von euch in den letzten Tagen und Wochen reingekommen ist. Auch nochmal hier vielen, vielen Dank. Ich merke das. Ich lese mir jeden Kommentar, durch den ihr schreibt. Auch wenn es manchmal etwas überhand nimmt. Aber ich versuche da so gut es geht, alles zu lesen. Ich freue mich natürlich über jeden Like von euch und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.